Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir sind hier in NBESA beim letzten Mal angekommen und haben jetzt ein neues Ziel erreicht hier. Mal gucken wie es weitergeht. Hallo? Wasser ist eine Urgewalt, so wie die Menschen. Doch mit Willenskraft und Entschlossenheit kann es zum Nutzen aller gezügelt werden. Okay, wir sollen 50 Kanalfelder haben. Wir haben 23. Wegen ein Bewässerungssystem ausgearmert. Da kommt das Wasser. Schnell. Das ist so graslastig hier. Da fließt das Wasser den Kanal hinab. Guck mal, ich kann über den Kanal schweben. Ist doch schön. Aber sehr hohes Gras haben die hier in Afrika. Kann man sich gut drin verstecken als Tier, glaube ich. Wir sollten auf jeden Fall Flachs anbauen für die Gewänder, vermute ich mal. Dazu müssten wir allerdings noch mehr Hirten haben. Wir haben erst 119. Ich habe jetzt für meine Gesundheit noch was getan. Und zwar habe ich mir jetzt hier aus dem Kühlschrank vier Abwehrkräfte geholt. Das ist gut. Eigentlich ist das jetzt schon wieder deine Folge, Zahler, Rock. Ja, mach ruhig. Ich bin sowieso nicht so aufnahmefähig heute. Das ist gut. Aber ich wollte dir noch eine tolle Frage stellen. Oh ja. Hast du mitbekommen, dass es jetzt eine dritte Season Anno 1800 geben wird? Wo gehen wir dann hin? Nach Korea? Ne, es gibt auf jeden Fall noch einen dritten Season Pass. Aber es soll kein neues Land mehr kommen. Ich denke, das werden wir uns dann nicht mehr angucken. Aber wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Irgendwas muss da ja dann neu sein. Ja, aber kein neues Land. Das haben sie schon angekündigt. Ja, aber ist das dann nur so ein Kosmetik-DLC? Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie sowas wie die Silos und die Traktoren, die jetzt dazu gekommen sind schon vorher. So, jetzt können wir Gewänder bauen. Flachsfahn. Können die Leute eigentlich auch aufsteigen hier von Afrika? Ja, können sie. Das weiß ich schon. So. Diese Abwehrkräfte, die schmecken exakt genauso wie die Rouladen heute. So. Jetzt haben wir gerade ja Corona, wie wir alle wissen. Ja. Es rührt mich, unser System im Einsatz zu sehen. Was für ein System. Unsere Kulturen, Wachstum und Entwicklung. Wasser ist der Schlüssel, um Entbeßer zu vereinen. Hirten weben ihre eigenen Stoffe. Doch dafür brauchen sie Flachs. Und der wiederum benötigt Wasser. Ja, haben wir ja gemacht. Und wir brauchen noch ein Podium. Och nee. Wir haben definitiv zu wenig von einem. Warte, 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 warte. Die weben ihre Gewänder alleine. Das heißt, wir müssen nur die Flachs-Dinges machen? Quatsch. Das hat er doch nur gesagt, weil du danach das Gebäude machen kannst, mit dem die Hirten selber ja weitermachen können. Es geht dann ja um die Arbeitskräfte. So, die Königin hat mal wieder was zu meckern. Ich habe übrigens beiden. Ja gut, dann halt mich. Kapcioloni. Die Königin ist eilig aus dem Kassilo geflohen und ihre Droschkeol ist weit zurückfallen. Ein Fahrer glaubt, sie folgen der Küste vielleicht zu einem Schiff. Sie könnten entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff eilen. Das im Hafen von Monegask warten müsste, falls die Kapitän ihre Befehle befolgt hat. Äh, zu ihrem Schiff eilen. Seien Sie unser Leister. Ihr Schiff wartet tatsächlich im Hafen. Schnell wecken sie den Kapitän und die Mannschaft und lichten den Anker. Kurz darauf liegt das glitzernde Monegask hinter ihnen. Und in der nächsten Bucht sichten sie ein beeindruckendes Schiff in der Ferne. Wie ist es ihr gelungen, den Hafen so schnell zu verlassen? Sie können entweder die Verfolgung ihrer Majestät fortsetzen oder mit ihrer Signallampe eine Friedensbotschaft übermitteln. Ja, die Verfolgung fortsetzen ist ein bisschen besser für uns. Eure Fähigkeiten als Steuermann sind äußerst beeindruckend, ruft ihnen die Königin zu, als sie mit ihrem Schiff längs seit ihres Schlagschiffs gehen. Wir treffen uns am Kap Trelawney. Sie nehmen Kurs auf Trelawney, den südwestlichsten, den südlichsten Punkt in der alten Welt. Und der heldenhafte Admiral Nadasky vor weniger als 15 Jahren einen großen Sieg über La Corona errungen hat. Der hat es nämlich schon geschafft. Die Ehrenrunde erwartet sie dort und sie werden von der Königin herzlich an Bord empfangen. Sie können sie nun endlich fragen, warum sie davon gelaufen ist. Das war auf in zwei Wochen bin ich der neue Herzog voll Corona. Alle haben so komische Kronen. Einfach drauf schießen ist die Lösung. Als Krieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaum-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaum-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten. Crown Falls. Nein, Mya Kun-3 neu. Oder wie hat man das genannt? Das weiß ich nicht mehr. Nee, Mya Kun-3 2, glaube ich. Bestimmt irgendwann Mya Kun-3 war dabei. Alles klar. Haben wir das also auch freigeschaltet, das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich neu quasi anfangen. Aber was mir aufgefallen ist jetzt, wir waren jetzt in Anno, wir waren schon in... Wir waren jetzt in Europa, wir waren in den arabischen Ländern rein, wir waren jetzt in Afrika, wir waren in der Arktis, wir waren in Südamerika. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt nur in Asien. Ja, aber das... Es gibt keine neue Welt, haben sie ja gesagt. In der dritten Season. Vielleicht in der vierten Season, die wird es wohl nicht mehr geben, denke ich. Also ich würde... Also was noch fehlt, ist halt Asien und der Mond. So, der Mond, 1800. Ich fand 22.05 nicht so schlecht. Also die Idee von 22.05 war geil, mit dem Mond und so weiter. Das fand ich geil. Vor allem, weil das halt was Anno noch nicht gemacht hat. Was? Ja, bin ich dabei. Wir holen uns Dokumente ab. Wir müssen dafür aber mal eben hier ein bisschen was einlagern. Und dann macht sich Toto Wolf auf den Weg. Wo müssen wir hin? Hier? Weil hier ist auch noch was. Oh, oh. Das ist der Feind. Haben sie sich aber Mühe gegeben. Ich glaube, du musst jetzt da durch irgendwie, ohne erwischt zu werden, glaube ich. Genau, da musst du bei Crewen. Ja, bin ich gut drin. Vor allen Dingen, wenn ich Marines habe. So, wir müssen noch mehr Gewänder haben. Aber gerne doch. Zeug, trink den schon. Hier ist zum Beispiel eine moderne Farm. Was ist da jetzt modern? Ah, hier ist ein Traktor. Frage, die haben Traktoren. Frage, die beantwortet. Und hier ist eine traditionelle Farm. Da gibt es nur Ochsen. Ich gucke mal hier machen. Gewürze, Teff, Hibiskus natürlich. Und Flax. Wir brauchen noch ein bisschen mehr hiervon. Das hier ist leider außer Range vom Lagerhaus. Aber wenn ich da jetzt das baue, sind schon wieder fünf mehr los. Na, komm. Rechelt sich wahrscheinlich trotzdem eher. So. Ist es nun das Flaxschiff oder das Flaxschiff? Ah. Ahaha. Muss ich denn jetzt hier hin? Zielort. Ja. Schleichen Sie zu den Patrouillen vorbei. Zu Kontor von Bahawie. Und liefern Sie geheime Dokumente. Fahren wir erstmal durch den gesamten Nebel, damit wir auch ja nicht viel sehen. Okay. Machen Sie eine Feuerwache. Und leider sind Wandteppiche leicht brennbar. Mach ich. Achten Sie darauf, dass Ihre Feuerwache Zugang zu den Wasserkanälen hat. Oh. Hat sie. Sollen wir euch das auch nochmal anschließen? Vielleicht. Wie geht das dann schneller? Ja, dann ist jetzt brauchst du auch so kass. Das muss da rein, so. Ja, jetzt brauchst du nämlich auch plötzlich Gulli und so scheiß. Und das mag ich ja schon überhaupt nicht hier. Und jetzt kommt das Wasser hier wieder so an. Da haben wir eine ganz schön starke Pumpe, dass die hier alles versorgen kann. Gehen dann hier auch diese Risse weg? Ja, ne? Guck mal, da kommt die Feuerwehr. Oh, wir sind die vier von der Feuerwehr. Ne, die fünfte, da ist auch noch einer. Sechs. So. Geheim auftrag. Karte einordnen bitte. Ist. Wie kommen wir jetzt hier durch? Jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit. Schnell. Siegel. Motor. Wendet der jetzt? Der wendet. Schnell. Jetzt sind sie alle weg. Easy. Segel. Zack. Das ist der Vorgänger zur Waldorfschule. Und der Freude. Dieses Land, aus dem sie kommen. Ich wüsste gerne mehr darüber. Bittet sie um ein Foto von der alten Welt? Oh, ha. Aber wir haben noch eine Einwohneraufgabe. Also, wir haben noch eine Einwohneraufgabe. Sie haben eine Foto von Lani vermissen, wenn sie die Herde verlässt. Aber sie gibt keine Milch mehr. Eine Fotografie von seiner Freundin Lani der Ziege. Das macht mir ein bisschen Angst. Moment. Wir haben einen Weißbauchigel bekommen. Was macht der in Afrika? Igel sein. So, wir müssen ein Foto vom Kontor der alten Welt machen. Kriege ich hin. Dachte ich. Aber dazu müssen wir noch hier irgendwie diesen Auftrag haben. Zack. Wie interessant. Damit kann ich mich besser auf diplomatische Gespräche mit ihren Herrschern vorbereiten. So, so. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Wir legen erstmal unseren Hauptfokus, glaube ich, hier hin. Wobei... Oh. Würden Sie mir davon erzählen? Natürlich. Faszinierender Norden, ausgefragt. Kein Imperium wird auf einem einzigen Pfeil errichtet. Aber was ist Ihrer Meinung nach das größte Vermächtnis der alten Welt? Unser kultureller Einfluss? Unsere industrielle Leistungsfähigkeit und Wirtschaftswachstum? Unsere Fortschritte auf See und unsere militärische Eroberung? Es ist das erste Feld raus. Ja, komm. Wir machen mal unsere industrielle Leistungsfähigkeit. Ich bin der für der Zweite. Ja. Weil der Zweite schließt ja der Dritte nicht aus. Also große Städte, ausgedehnt florierend, wunderschön. Offen gestanden, meine Städte sind mikrokomisch klein. Hust. Was wäre das? Da bräuchten wir auf jeden Fall 10.000 Leute. Wir dürfen, wir können nur das machen. Sonst müssten wir eine Million, 30.000 oder 10.000 da haben. Kannst du das vielleicht mit dem X vertragen? Wir machen das mal erstmal später. Ich würde sagen, wir müssen doch erstmal bauen. Wo ist denn das Feuer außer Kontrolle? Wahrscheinlich in der anderen Welt. Ja. Ja, aber hier wird doch gelöscht. Schau dir nicht so an. So, wir fangen glaube ich jetzt mal an mit Capture Lorne hier. Afrika, also. Bietet ihnen die Materialien an. Die können wir aber gar nicht aufnehmen. Deshalb hat er die jetzt alle hier von Bord geworfen. Ja, komm. Mein Gott. Doch, ja länger als Zeit, wenn wir angreifen wollen. Ja, weil du auch einfach immer, du sagst, wir greifen an und dann denkst du schon, wir sind schon mitten im Feind. Meistens sind wir das dann auch schon. Ja, also ich bin da noch nicht im Feind. Ja, und das ist häufig das Problem. Ich kenne den Unterschied zwischen bald und jetzt. So. So. Wir teilen die Vision. Eine glänzende Metropole im Gedenken an unseres Vaters glorreichen Sieg. Welch strahlendes Jurek ist keine unseres Königreichs. Weißt du, was hier auf der Insel fehlt? Ein Flussbauplatz. So. Also wir denken auf dieser Insel groß. Und mit groß meine ich sehr groß. So, dass wir die ausgegraubten Dinger nehmen können. Und ihren Stitten des Ruinen. So, eigentlich wäre das noch viel wichtiger gewesen. Ah, nee. So. So, guck mal, haben wir schon ganz viele Häuser. Naja, besser als nix. Achso, wir müssen hier noch einen Weg bauen. Sorry. Ich würde sagen, wir sollten mal einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, machen wir zehn Häuser immer nebeneinander, oder? Finde ich gut. Danke, dass du mir das bestätigt hast, Zahrog. Wobei wir könnten halt auch sagen... Sehr gerne. Wat? Sehr gerne, hab ich gesagt. Das ist schon perfekt. Und dann hier um das Marktding herum sind es dann nur acht vielleicht. Wobei passend hier... Jetzt flackert es wieder. Warum flackert das manchmal? Ich verstehe es nicht, Zahrog. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich plane mal hier schon mal ein bisschen vor. So. Finde ich gut so. Und dann könnte man hier schon... Das hat jetzt schon irgendeine Ausmaße vom Berliner Flughafen. Alles geplant, aber nix fertig. Der Berliner Flughafen ist fertig, Zahrog. Da bist du zu spät dran. Nee, nee, nee. Der wird für mich immer unbettig sein. Der ist schon wieder insolvent, aber fertig ist er trotzdem. Macht's das besser? Nee, warte. Ja, sowieso. So. Wunderhübsch. Gut. Wir haben schon mal was geplant. Ja, ihr kriegt doch gleich euer Holz. Jetzt meckert man nicht so rum. Ein Konkurrent hat eine Seele umrichtet. Nee. Hört mal auf damit. Da müssen wir Krieg führen. Das will ich nicht. Naja. So, also das heißt so, in Afrika könnten wir jetzt weitermachen, aber nur indem wir sagen, ey, wir sind voll die Lappens. Was ja auch stimmt. Ich würde sagen, wir machen erst mal Cup-Trading-Sprung. Ja, zumindest so ein bisschen. Genau, dass wir in Afrika dann flexen können. Ja. Flaxen meinst du wohl eher. Was heißt das? Außer, dass die auf blauem Ding sind. Hier gucken wir uns erstmal die Statistik an. Habe ich schon wieder vergessen, dass es die gibt. Ach, schön. Der Grafenfetischist. So, man nennt mich auch den Graf. Ich habe auch immer geboren, um zu leben, wir sagen. So. Wir können jetzt Hibiskus-Tee anbauen. Aber das machen wir mal nochmal hier. Ein bisschen Hibiskus-Tee. Nicht? Hibiskus-Blüten. Das ist eigentlich voll dumm, das hier zu machen. Stopp. Ich habe noch keinen Plan, wie ich hier genau mit diesen Kanälen umgehe. Es reicht nicht mal. Es reicht nicht. Wahrscheinlich müsste man hier die Kanäle parallel zu den Straßen machen, oder? Kannst du dir unter die Straße legen? Nee. Also. Einen immer führen, wie ich dann, aber. Komplett parallel geht, glaube ich nicht. Nee. Dann hat man hier so ein Crossing hier. Nee. Da muss es ja dann gehen. Nein! Das ist alles so unfassbar schön. So. Hallo. Baugelände blockiert. Warum? Achso, weil das Ding da ist. Ich verstehe. Ist das das Lagerhaus? Nee, das ist das Lagerhaus. Da passt ja kein anderes Lagerhaus mehr hin, ne? Doch, direkt drunter, oder? Nee, das passt nicht wegen des Flussbauplatzes. Wo nichts ist, kann auch nichts gemacht werden. Wo wir so ein paar Ruinen da aufräumen? Warum haben wir immer noch kein Holz? Also, ich glaube ja, dass wir viel Holz in dieser Insel brauchen. Weil der Kontor überlastet ist. So. So. Aber wir haben nicht genug Holz für ein Kontor. Für ein Lagerhaus. Warum machen die das immer, Zairock? Das ist unfair. Nein, wir machen jetzt keine Expedition mehr. Jetzt hat sich das erstmal aus- Petitioniert. Wie man unter Fachleuten sagt. So. Wir warten noch eben, bis wir das Lagerhaus bauen können. Und, äh. Freuen uns dann, dass wir es gleich gebaut haben. Da ist es. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch neue Feuer... Und... Hier oben rechts könnt ihr euch neue Feuerklicken. Und jetzt dann spektrumieren. Ja, genau. Schönen Tag, macht's gut, tschüss. Ich habe viel zu viel vorgelesen in dieser Aufnahmesession. Tschüss. Schönen Tag, macht's gut, tschüss.